So, willkommen zurück zum MyTimeAtPortia. Das Herbstfest müsste jetzt beendet sein. Wir haben uns hingelegt. Ich schaue mal ganz kurz im Kalender. Genau, Herbstfest war gestern. Heute ist Sonntag. Dann gibt es heute zumindest keine neuen Handwerks... äh, Handelsaufträge. Ach, falls sich jemand wundert, warum das hier so zugestellt ist. Ich habe hier versucht, ein bisschen Platz zu schaffen. Denn hier, auf dem leeren Bereich, soll mein Haus. Das Haus, das da drüben ist, wollte ich auf Level 2 bringen. Und dann, ähm, ist das dummerweise ein bisschen größer. Genau. Gestern hast du bei der Inspektion auf Fehler hervorragende Arbeit geleistet. Ja. Eine munter Monika. Okay, danke. Gibt es ja heute wieder Handwerks... äh, Quatsch. Inspektion. Ah, hi. Unterhalten. So. Alice. Ach, die wollen schon wieder eine Kirsche. Ja. Bye. Sonja, willst du auch eine Kirsche? Das gibt es da nicht. Ihr kirschentreuen Leute. Tschango, du aber nicht, oder? Hey! Ungarn! Ha! Was? Hast du noch ein Rezept für mich? Äh, Kopfsalat, Fleisch, Apfel. Wuh. Mit Äpfeln. Geröstet Rippchen? Okay. Na gut. Keine Ahnung, was... Was das für Rippchen sind. Ich dachte, das wäre aber die Hauptzutat, die ich wähle. Bestätigen. Hier nehmen wir auch mal drei Blumen. So, Pferdchen. Oh, apropos. Ich habe Petra und Merlin jetzt schon ein paar Tage nicht gesehen. Was machen die? Um acht machen wir sie auf. Ähm, Raming. Hallo. Termin. Die Sicherheit von Porsche ist mein... See you. So. Handwerksgilde. Nee, wir gehen erst ins Konstruktionsbüro. Ich will endlich mein Haus aufstellen. Albert, was ist mit dir? So, gehen. Ah, Gast ist auch da. Hi, Gast. Und da... So. So, jetzt aber. Katalog. Als erstes... ...muss... ...mein Arbeitstisch... ...kurz hier rüber. Dann würde ich sagen... ...Montagestation... ...dahinter... ...dieser Stall... ...moment, der Stall kann erstmal... ...hier vor... ...und jetzt müsste doch Platz für das Haus sein. Wenn ich das verbessere... ...bestätigen... ...de Lager ... ...atm multile verändert. Druckpakt. Abbrechen. Wir verschieben das Haus nur... ...erst mal... ...hier hin. Damit... ...kunnen wir den Stall... Da hinter verschieben. Wir drehen den zweimal. So. Ähm. So, und jetzt das zu Hause verbessern. Passt, oder? Gut. Wenn ich es nochmal verbessern möchte, brauche ich 50.000. Abbrechen. Tor. Moment, wollen wir das Tor aussehen ändern? Holztor. Steintor. Marmor. Das sieht doch ganz nett aus. Brauche ich Steinsäulen. Mhm. Abbrechen. Abbrechen. Und finde ich den Zaun. Stein. Bestätigen. Steinsäulen. Steinsäulen. Okay. Muss reichen. Wir haben jetzt 10.000 ausgegeben. Fürs Haus. Mit Sonja, mit dir hatte ich glaube ich schon geredet. Ihr wollt ja jetzt eh in die Kirche. Dies ist mein neues Haus. Was? Okay. Joa. Ganz nett. Ganz nett. Ganz nett. Wo gehe ich rein? Ach, hier gehe ich rein. Scheiße. Okay. Das ist ja ein bisschen dumm. Ah. Okay. Ich habe einen Raum mehr. Oha. Diese Farben. Ich habe einen Raum mehr. Ist schon mal gut. Wir enden. Oh wei. Okay. Wir. Wir wollen mal schnell den Wasserturm fertigstellen hier. Fünf. Fertigen. Fünf Stück. Großes Ruhr. Suchen. So. Packen wir das schon mal ein. Erstmal da hin. Wenn das. Nee. Ich muss das Haus dringend drehen. Bewegen. Zuhause. Bewegen. So. Drehen. Drehen. Ach so. Gut. Was ist das von Schild? Irgendein Fall grober. Ach gut. So können wir das Haus erst mal lassen. Da baue ich vielleicht meine Montagestation hier hinten hin. Ich brauche echt dringend Geld. Hm. 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 Ach so. Inspektion wollte ich da auch noch machen. Uuuhh. Ich werde noch. Beklopft. Hallo. Don't underestimate the difficulty of the work. So. Wie sieht's aus? Hier. Tisch. Der Fuß sieht komisch aus. Da sieht was komisch aus. Hier ist ne Boiler. Da. Und da. Griff sieht okay aus. Ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen hochgeraten. So. Was soll das? Was soll das? Und. Was soll das? Wow. Wow. Okay. Hier ist Knick drin. Das sieht scheiße aus. So muss das. So. Das Ding sieht immer noch irgendwie wie ein Klopper aus, hier. Das ist irgendwie nicht ganz rund. Ich sehe keinen Unterschied. Da ist diese Stelle auch dran. Mist, Mist, Mist. Hier hat es gezählt. Okay, das war jetzt rein weg geraten. Werkstätten, Rang. Gut. Sprung, Sprung, raus. Wir bauen unsere Werkstatt um. Holladiho, Holladiho. So. Dafür die Trockengestelle erstmal hier hin. Denn ich würde hier gerne meine Blumen hin machen. Beziehungsweise Bäume pflanzen. Keine Ahnung. Alles was wächst und gedeiht halt. F. Vielleicht irgendwann auch ein paar Apfelbäume. Mal schauen. So. Abbrechen. Nehmen. F. Schwupps, Schwupps. Schwupps. Na? Ein Baum. Nächster Baum. Jetzt ein bisschen größer. So, schwupps. Da könnte hier... Weiß ich nicht. Könnten da noch ein paar Bäume hin? Ich denke schon. Ich denke schon. Schöne kleine Baumallee. Wir räumen einmal um. So, ein paar Bäumchen. Baumwollsamen. Achso, ich habe gepflückt. Oh, reif. Ernten. Okay, ernten. Ernten. Ja, umso besser. Moment, wenn das fertig ist. Dann kann ich das Fell weg tun. Und... FR. 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 So, kleine Pflanzkästenkübel. So. So. Dann machen wir das so. So. Komm Pferd, geh doch mal einen kleinen Schritt zur Seite. So, gut. Unsere Pflanzkübel wären damit schon mal verstaut. Jetzt unsere Pflanzkisten. Ja. Ähm. F. Hier im Eingang passen sie also nicht. Schade. Gut. Da. Da. Und... Da. So. Kann ich meinen Krill... hier auf den Balkon stellen. Okay, das geht tatsächlich. Ich werd verrückt. Gut, da kommen hier oben meine ganzen... Trockenavarate hin. Inspektion der Handelsgilde ist vorbei. Ich bekomme morgen Post. Für meine Arbeit natürlich. So. F. Alles schön einzeln hier auf unseren Balkon bringen, denn hier scheint die Sonne. die, 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 die. Ich weiß noch nicht wie das funktioniert, wenn ich das Haus irgendwann mal verrücken möchte. hier unser einfacher Mixer. Ähm. Das ist ja unser krasser Hochofen oder der elektrische Hochofen. Dann packen wir mal hier hin. Dann packen wir mal hier hin. nicht näher ran. Nicht näher ran. Hier das würde passen. ... Ach, Pferd, geh bitte zur Seite. Okay. Wir packen dich hier hinter. So, ja, Öfen. So, hier ist die ganze Schmelzabteilung. Und dieses Walzendingsbums kommt erst mal weg. Was mache ich mit den kleinen Schmelzen? Okay. 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 Ich komme auf jeden Fall ran. Und dann machen wir die hier so hin. Da kann ich schön vorbeilaufen. Vorbeikommen. F. 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 So. Sägeabteilung. Warte ich sagen. Kleine Sägen. Kommen hier hin. Kommen hier hin. Kommen hier hin. Kommen. Die sägen machen wir nebeneinander ganz einfach. So, damit ist die Sägeabteilung fertig. Das ist unsere einzigste Walze. Die nutze ich aber auch nicht so oft. Vielleicht hier, am Haus, so Stoffe, beziehungsweise unsere Textilmaschine. Oh, ähm, ich beende mal die Folge hier. Tschüss, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.